Musik Es waren einmal drei hübsche Mädchen, die im Laufe ihres Erwachsenenlebens unterschiedliche Ausbildungen gemacht haben. Figen hat neben ihrer kaufmännischen Ausbildung eine Spezialausbildung bei der Inkasso Istanbul absolviert. Säumige Mieter haben bei ihr keine Chance und nichts zu lachen. Als Betriebswirtin verliert Sabrina bei den Nebenkostenabrechnungen keinen Cent aus den Augen. Nebenbei hat sie eine Ausbildung in der Antiterroreinheit gemacht und ist damit Spezialistin für die Bekämpfung von faulen Mietern und faulen Mietinteressenten. Antje hat sich nach ihrer kaufmännischen Ausbildung als Assistentin eines Geschäftsführers eines Weltunternehmens Spezialkenntnisse im Computerwesen und vor allem im Vertrieb angeeignet. Sie hat sich außerdem auf meine persönliche Betreuung spezialisiert. Und sie alle drei arbeiten heute nur noch für mich. Dabei werden sie unterstützt von dem Allround-Handwerksgenie Derko. Er hat zahlreiche Ausbildungen im Hoch- und Tiefbau und außerdem eine Spezialausbildung bei Inkasso Belgrad absolviert. Guten Morgen Engel, Charlie hat eine Aufgabe für uns. Kommt mal bitte schnell her. Bin schon unterwegs. Bin auf dem Weg. Bin gleich da. Hier bin ich. Guten Morgen Bossi. Guten Morgen Engel, guten Morgen Darbo. Schön, dass ihr da seid. Charlie hat eine Aufgabe für uns. Hallo Bossi, hallo Engel. Einer unserer besten Kunden möchte mehrere Millionen Euro in ein Anlageobjekt investieren. Für diese Immobilie sollen wir dann auch die Hausverwaltung übernehmen. Unsere Konkurrenz hat davon Wind bekommen und will uns zuvorkommen. Engel, die Zeit drängend die Immobilie aufspüren, die Verhandlungen führen und den Kaufvertrag abzuschließen. Das ist dein Job, Antje. Soll wenn die Mieter dafür finden, die Steuerunterlagen und die Betriebskostenabrechnungen zu unterstellen. Das ist dein Job, Sabrina. Die Kontrolle der Zahlungsbewegungen und das Rechnungswesen. Das ist dein Job, Figen. Sollte sich in der Immobilie ein ungenutzter Speicheraum befinden, so muss dieser schnellstens in ein Luxus-Penthaus umgewandelt werden. Das ist dein Job, Darbo. Viel Erfolg, meine Engel. Viel Erfolg, Darbo. Das ist dein Job, Darbo, du machst uns auch gut. Wo machen wir das? Genau. Hallo, Frau Mies. Hier ist Antje Linnertz und Linnertz Immobilien. Ich wollte mal wieder einen Kaufvertrag in Auftrag geben. Ich gebe Ihnen mal die Käuferdaten durch und möchte schon mal einen Beobachtungstermin bei Ihnen festmachen. Ja, okay, gut. Ich warte nach oben. Dankeschön. Ja, guten Tag, Herr Mustermann. Daub hier von Hausverwaltung Linnertz. Wir hatten ja am Montag unseren Besichtigungstermin für die Drei-Zimmer-Wohnung in der Neusser Innenstadt. Ich wollte Ihnen mitteilen, ich habe jetzt mit der Eigentümerin Rücksprache gehalten und wir würden die Wohnung gerne an Sie vermieten. Ja, prima. Dann kommen Sie doch morgen um 16 Uhr vorbei und dann unterschreiben wir den Mietvertrag und sprechen alles Weitere. Super, ich freue mich. Tschüss. Oh je, was haben die denn hier vorher gemacht? Das ist ja alles falsch. Viel zu hohe Kosten berechnet. Jetzt kann ich alles nochmal neu machen. Darko? Ja? Darko, ich habe jetzt alle Konten geprüft. Das ist die Liste der säumigen Mieter. Da brauche ich deine Unterstützung. Okay. Gut. Die ist gelaufen und alle sind zufrieden, ist unterschrieben. Super, Angel. Danke. Toll gemacht, Engel. Okay. So, die Nebenkosten sind überprüft. Ich habe super Notfall gefunden und die Steuerunterlagen sind auch fertig. Super gemacht, Engel. Danke. Nach meiner Mahlung sind jetzt alle Gelder auf dem Konto. Super gemacht, Engel. Danke. Perfekt. Hallo. Hallo. Ausgebaut. Bitteschön. Vorher, nachher. Ja. Perfekt. Wow. Danke. Super gemacht. Liebe Engel, Bossi hat mir berichtet, dass ihr wieder einmal auf der ganzen Linie Erfolg hattet. Ihr seid einfach super. Danke. Ich freue mich auf den nächsten Auftrag mit euch. Ich freue mich. Ich freue mich. 투asse.